Pern A, Einzelhalbfinale bei der Herzogenaurache Tischtennis-Stadtmeisterschaft 2013. Im roten T-Shirt der Linkshänder und Knoppenspezialist Mikey Noll aus Dachau. Im roten T-Shirt Mark Seidler vom Regionalligateam TTC Weber. Im roten TTC Weber. 2. Aufruf für Tisch Nr. 7, Mario Rocha. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es geht besser. Komm jetzt. Los. Reinkommen. Komm, komm, komm. Das ist alles. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.